Liebe Studierende, in diesem Fall möchte ich das Raketenproblem etwas ausführlich diskutieren. Sie finden es auch durchgerechnet im Skript. In der Vorlesung habe ich nicht die gesamte Rechnung durchgeführt, sondern im Wesentlichen das Ergebnis diskutiert. Aber schauen wir uns noch mal die Berechnung des Raketenproblems Schritt für Schritt an. Wir haben also die Situation. Eine Rakete fliegt zu einem Zeitpunkt d mit einer Geschwindigkeit v von d. Wir schauen jetzt das ganze Problem nur in einer Dimension an. Wir nehmen einfach ein System, das ist die x-Achse nach rechts. Das heißt, wenn wir das nur eindimensional lösen, das heißt nur die Bewegung in diese Richtung anschauen, müssen wir nicht mit Mektoren rechnen, sondern wir können das einfach mit Skalare machen. Und die Rakete wird zu einem späteren Zeitpunkt Gas ausstoßen. Damit ändert sich ihre Geschwindigkeit. Wir bezeichnen die Relativgeschwindigkeit, mit der das Gas relativ zur Rakete austritt, mit U. Die Rakete wird ständig Gas mit genau dieser Relativgeschwindigkeit ausstoßen. Wenn wir aber wissen wollen, was ist die Geschwindigkeit des Gases bezüglich dieses äußeren Systems, in dem wir rechnen, müssen wir eben berücksichtigen, dass dann die Geschwindigkeit des Gases relativ zu diesem äußeren System gegeben ist aus der Geschwindigkeit der Rakete, minus der Relativgeschwindigkeit, mit der das Gas ausgestoßen ist. Das ist eine wichtige Tatsache, die wir berücksichtigen müssen. Und nun lösen wir das ganze Problem, indem wir hauptsächlich die Impulserhaltung verwenden. Das bedeutet folgendes. Wir überlegen uns, was ist der Impuls zur Zeit t? Der totale Impuls zur Zeit t. Und zu diesem Zeitpunkt nehmen wir an, die Rakete fliegt mit der Geschwindigkeit v von t und stößt zu diesem Zeitpunkt kein Gas aus, aber im nächsten Zeitintervall wird dann Gas ausgestoßen. Das heißt, wenn wir einfach diese Situation anschauen, die Rakete zum Zeitpunkt t, wo kein Gas ausgestoßen ist, bedeutet, dass der Impuls gegeben ist aus, Impuls zu Zeitpunkt t ist gegeben aus der Masse Groß M der Rakete zum Zeitpunkt t. Das ist eben gerade ein kinematisches Problem, wo sich die Masse des Systems zeitlich verändern wird, mal die Geschwindigkeit der Rakete zum Zeitpunkt t. Und dann überlegen wir uns, was ist der totale Impuls zu einem kurzen Zeitpunkt später? Totaler Impuls zur Zeit t' gleich t plus tt oder ein Delta t. Also ein infinitasimalen Zeitpunkt später. In diesem kleinen Zeitintervall wird eben die Rakete eine bestimmte Menge an Gas ausgestoßen haben, das Gas fliegt in diese Richtung, hat also Impuls aufgenommen. Wir müssen also nun den Impuls des Gases berücksichtigen, welches im Zeitraum Delta t ausgestoßen wurde. Das bedeutet, der Impuls zum Zeitpunkt t plus Delta t ist die Masse der Rakete zu diesem neuen Zeitpunkt mal die Geschwindigkeit zu diesem neuen Zeitpunkt. Das ist der Anteil der Rakete. Und jetzt muss ich noch berücksichtigen, dass es auch eben das ausgestoßene Gas einen Impuls trägt. Das heißt, plus und die Masse, die ausgestoßen wird, bezeichnen wir mit dm, weil in einem kleinen, sehr kleinen Intervall wird eine kleine Gasmenge ausgestoßen, mal die Geschwindigkeit V Gas. Das ist also die ausgestoßene Gasmenge im Intervall Delta t. Und jetzt nehmen wir einfach an, die Geschwindigkeit einen kleinen Augenblick später, die hat einfach zugenommen. Das heißt, V von t plus Delta t können wir auch schreiben als die Geschwindigkeit vorher plus eine kleine Zunahme der Geschwindigkeit. Das ist einfach die Geschwindigkeitsdifferenz sozusagen. Und das können wir nun einsetzen. Dazu überlegen wir uns aber noch etwas anderes, nämlich dass die Masse der Rakete zum Zeitpunkt t Delta t, die wird abgenommen haben, weil ja zuvor hatte die Rakete das Gas noch bei sich. Dann wird diese Gasmasse ausgestoßen. Das heißt, die Masse wird abgenommen haben. Das heißt, das war, das muss sein, die Masse, die die Rakete vorher hatte, minus die ausgestoßene Gasmenge. Und dann können wir noch einsetzen, dass die Gasgeschwindigkeit gegeben ist aus der Geschwindigkeit der Rakete minus der Relativgeschwindigkeit. Und wenn wir das alles einsetzen, dann finden wir genau die Gleichung, die auch im Skript steht. Das ist also die Gleichung, die ich kriege, wenn ich einfach diese Terme einsetze. Wie gesagt, die finden sie auch im Skript. Und jetzt können wir uns das anschauen. Wie gesagt, das ist die Masse der Rakete nachher. Und das ist der gesamte Impulsanteil, die vom Gas getragen wird. Und jetzt kann ich das umformen, indem ich einfach jeden Term mit jedem multipliziere. Schreibe ich hier oben weiter. Daraus folgt, b von t plus Delta t ist, und da schreibe ich jetzt ungefähr aus folgendem Grund, ich multipliziere jeden Term mit jedem. Das heißt, ich kriege zuerst mal das mit das. Das ist also m von t mal v. Ich könnte auch hier v von t schreiben. Und das ist aber gerade der Impuls vorher. Das hatten wir gesehen. Das ist genau dieser Teil hier. Plus m von t mal t v. Das sind diese beiden Terme. Minus u mal t m. Und dann gibt es noch diesen Mischterm hier. Minus t m t v. Das gibt diese Terme hier. Nun, da wir infinitesimale kleine Änderungen betrachten, hier haben wir ein Produkt von zwei so infinitesimalen kleinen Änderungen. Während in allen anderen Termen entweder nur eine kleine infinitesimale Änderungen auftritt oder keine. Das bedeutet nur, numerisch werden diese Terme alle viel größer sein als dieser Term hier. Das heißt, wir vernachlässigen den einfach. Damit ergibt sich eine einfache Gleichung. Und aufgrund dieser Vernachlässigung habe ich hier auch das ungefähr Zeichen hingeschrieben, um das anzudeuten. Das bedeutet nun, b von t plus delta t minus b von t. Das gebe ich auf diese Seite hier. Das heißt, es ist die Impulsänderung der Rakete. Ist gegeben aus m mal dv. Jetzt lasse ich das t weg. Das ist immer eine Funktion der Zeit. Minus u t m. Das ist die Impulsänderung. Und jetzt kommt eine wichtige Überlegung. Diese total Impulsänderung der Rakete ist null, aber nur, falls keine äußere Kraft wirkt auf das System. Und wenn wir jetzt annehmen, der Rakete fliegt horizontal und es wirken sonst keine Kräfte, keine Gravitationskraft, zum Beispiel die Rakete ist irgendwo im Weltraum weit weg von allen Planeten und Sternen, dann würde auf das gesamte System in der Tat keine Kraft wirken. Und wir hatten gelernt, das zweite Newtonische Reaktion besagt, eine Impulsänderung ist gleich der äußeren ein wirkenden Kraft. Falls keine Kraft wirkt, dann muss die Impulsänderung null sein. Das ist was wir hier verwendet haben. Klarerweise ist es so, wenn Sie das Problem berechnen wollen, eben Gravitationsfeld der Erde, dann müssten Sie berücksichtigen, dass auf das System die Gravitationskraft wirkt. Das heißt, hier rechts müssten Sie dann die Gravitationskraft einsetzen. Und dann verändert sich die gesamte Gleichung und die Lösung ändert sich etwas. Aber insgesamt die generellen Überlegungen zum Problem bleiben dieselben. Aufgrund dieser Gleichung können wir nun hinschreiben, das gelten muss, m mal dv ist gleich u mal dm und ich kann jetzt beides Seiten mit dem Zeitintervall, in dem ich das alles betrachte, dividieren. Das folgt, m mal dv nach dt ist gleich u mal dm nach dt. Jetzt haben wir eine Gleichung, wo links steht, Masse mal Geschwindigkeitsableitung, das ist Masse mal Beschleunigung, ist irgendein Term. Und weil hier eben so etwas steht wie Masse mal Beschleunigung ist irgendein Term, bezeichnet man diesen Term hier als Schubkraft. Das ist keine echte Kraft, das ist einfach eine Wirkung, die entsteht aufgrund der Impulserhaltung. Aber eben aufgrund dieser Schreiweise bezeichnet man einfach diesen Term als Schubkraft. Die Tatsache, dass eben Masse ausgestoßen wird, beschleunigt die Rakete in die Richtung. Das ist genauso wie Sie erfahren, wenn Sie auf einem Wagen sitzen und Bälle abwerfen, dann wird sich der Wagen mit Ihnen in Bewegung setzen. Und wie schnell der Wagen oder wie stark der Wagen beschleunigt wird, wird davon abhängen, mit welcher Geschwindigkeit Sie die Bälle vom Wagen werfen und wie groß die Massen dieser Bälle sind, die Sie praktisch vom Wagen werfen und damit sich die Masse des Wagens pro Zeiteinheit verändert. Was also bleibt, ist dieses Problem, dieses Differenzialgleichungsproblem zu lösen. Dazu kann man noch folgende Überlegung machen. Es gilt nämlich, dass die Masse des Gases, das ausgestoßen wird in diesem Zeitinterval, die muss gleich sein minus die Änderung der Masse der Rakete. Insgesamt gilt der Massenerhaltung. Und wir nehmen eben an, dass die Relativgeschwindigkeit, mit der die Masse dieses Gas ausgestoßen wird, immer konstant ist. Das heißt, es ist keine Zeitvariable hier. Das macht die Lösung einfacher natürlich. Wenn einfach zu allen Zeiten immer mit derselben Relativgeschwindigkeit Gas ausgestoßen wird. Und das bedeutet, dass sich das Problem, das Differenzialgleichungsproblem so schreiben lässt. Es gilt dv nach dt ist minus u durch m, das ist also eine Konstante, dm nach dt. Und das ist natürlich ganz sicherlich. Dankeschön.